so leute ich bin's euer koschinski muss mich mal eben einloggen so also so fahren wir gleich ne so fahren wir gleich ein rennen. ich muss hier eben die anderen kopfhörer einstöpseln und dann geht's los so seid ihr bereit seid ihr ready jungen jungen handschuhe habe ich glaube ich auch noch moment so jetzt muss ich erstmal das spiel starten hier ich hoffe jetzt ist hier das lenkrad nicht rip so so welche strecke soll ich gewinnen welche strecke soll ich für euch gewinnen belgien so ach nee warte mal ach nee mach mal wieder kleiner oder ist das egal ach 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 nie so ach ach also ich feier das hä nein Wieso wurde das denn jetzt gespeichert? Los. Hallo, mein Name ist Kalle Koschinski und ich bin Rennfahrer. Heute geht es nach Belgien für uns. Wir sind im astralen Zustand. Wir haben tatsächlich schon einiges an Quality Grand Prix abgeliefert und heute sind wir der neue Fahrer für Ferrari. Und da werden wir jetzt mal ordentlich in Belgien einen abdüsen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? So. So. Ich hatte das Gefühl, die Kamera ist nicht weit genug. Ich bin bereit. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel 1 Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Adennes. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des... Ich habe keine Schuhe an. Ich habe keine Schuhe an. Okay, es geht los. Ich weiß... So. Wünscht mir Glück! Oh, perfekter Start! Direkt auf die 1! Direkt auf die 1! Und nochmal! Ui! Ui! Nein! Hamilton! Den snacken wir uns noch. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Scheiße, was mache ich denn? Ich will unbedingt an dem vorbei. Hamilton. Überholtaste. So, und jetzt ran. Scheiße, der fährt mir nochmal weg. Ja, den holen wir uns noch. Gar kein Problem. Man muss das hier ruhig runterfahren. Mach einen Abgang. So. Ehre in den Chat. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Roger Zett. Roger Zett. Ey, ja, 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 Vollgas. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir haben eine Sekunde drüber. Ohne Schuhe. Ich möchte das aber... Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Ehre. Ich sag euch das. Das kommt uncut auf meinen Zweitkanal, wenn ich das gewinne. Oh, normal. Oh... Scheiße, Bro. Mein Gaspedal macht wieder einen Abgang. Ist okay, wir sind noch Erster. Alles gut, alles gut. Und jetzt wieder Gas. Jetzt wieder Gas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh. Ist es heavy? Und jetzt, bleib Fuß. Alles rausholen aus der Maschine, du. Und jetzt wieder Gaspedal macht wieder einen Abgang, du. Und jetzt wieder Gaspedal macht wieder einen Abgang, du. Oh. Runde drei. Okay, DHS ist jetzt verfügbar. Was auch immer DHS ist. Ich kenne nur DHL und die sind scheiße. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Ich glaube aber, wenn man mehr als fünf Runden spielt, ist besser, oder? Weil dann hat man auch so mit Boxenstopp ein bisschen mehr Challenge. Weil nur fünf Runden sind, glaube ich, ein bisschen zu lasch. Kann das sein? Kriegen wir unter Kontrolle? Kriegen wir unter Kontrolle? Drück, drück, drück Taste. Easy. Easy. Alles gut. Saved. Das muss ich noch rausfinden, was die Überholtaste ist. Ich weiß halt nicht, wo sechs ist. Ich muss mir das in den Steuerungsdingern nochmal angucken. Alter. Der Kuschinski, oder? Wuh! Und dann geht's wieder los. Alter, die letzte Kurve ist ja so fies. Das ist halt in diesem Rennen. Der Lachs muss löppen. La, 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 der Lachs muss löppen. Alter, ich fahre wie ein junger Gott. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie der... Wie der kann. Wie der kann. Problem ist gerade, ich seh das wieder nicht. Ohne Socken, äh, ohne Schuhe. Rutscht das scheiß Gaspedal noch weiter weg. Alter, der ist mir richtig am Arsch. Der ist mir richtig am Arsch. Wird's nicht so viele Fehler machen, ne? Und jetzt Vollgas. Letzte Runde. Nochmal Energy in den Chat. Letzte Runde des Rennens. Jawoll. Ich seh das. Ich seh das. Jawoll. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Ohne Hände. Ohne Hände. Oh, Risiko, aber war gut. Alter, der Hamilton hat richtig Bock auf meinen Arsch. Obacht. Es ist so knapp. Ohne Scheiß. Es ist so knapp. Der ist mir so am Arsch. You gotta believe. Leute. Bitte. Believe in Kalle. Believe in Kalle. Ich schaff das. Letzte Kalle. Ohne Scheiß. Letzte Komme kommt. was für eine fahrerische leistung die ferrari heute den siegen das war voll mit spannung was denkst du hat den heutigen sieg möglich gemacht ich denke das kluge reifenmanagement auf der strecke und die ausgeglichene fahrweise haben definitiv zum sieg heute beigetragen diese kombination hat bewirkt dass jederzeit die höchstleistung aus den reifen geholt wurde und wir sehen ein team das auf dem siegertreppchen kein unbekannter ist erneut den platz an der spitze belegt ein grandioses rennen und ein beeindruckender sieg für ferrari am heutigen tag